so hier ist irgend so ein dungeon so oh Gott was sind, ah so viele habe ich oh mein Gott so viele habe ich ich habe doch keine Ahnung was ich hier machen muss ich habe da alles vergessen, so lange her die Grablichter brennen nicht mehr ich muss die Grablichter wieder anzünden mit einem Echo wie heißt das eigentlich auf Deutsch? Echo es stimmt, Echo ist ein deutsches Wort ich mache einfach ein Echo, das aus Feuer besteht und dann funktioniert das wie geht das? nein, das ist falsch so wie besiegt man die? hallo wäre sie, hallo J-Gamer es kommt nicht raus so, das ist der Demon King dankeschön für 20 Subs muss die Steuerung erst wieder lernen was ist wenn wir ich verstehe das nicht okay so ich muss alles wieder neu lernen ich habe alles vergessen ach ich kann da rein oh das tut weh das bringt noch nicht mal was hier umzubringen ich dachte ich bekomme jetzt irgendwas okay wir gehen runter bam 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 hallo Marco wie war das nochmal? kann ich, ich kann ich kann den Maulwurf jetzt benutzen oh ho ho wow dieses Spiel cool danke für nix und wie komme ich wieder hoch? wie geht dieses Spiel nochmal? was tust du? kurz für die Stream-Serie es existiert keine Stream-Serie wie soll ich da hin? achso ich habe Spinnen wie geht das? L? nee L L hier kann ich nochmal Sachen auflösen runter x y äh ach einfach jetzt kann ich dann die Truhe nicht mehr ran oder was? oh mein Gott hallo Maury Dieven hallo Maury Racing Elektro Auto was? ich wollte mich für die Silent Hill Streams bedanken ich hätte das wahrscheinlich nicht selbst gezockt oder wäre spätestens beim Keller ohne Waffen gequittet das war das Ende danke Maury Dieven freut mich dass es dir gefallen hat da komm ich zurück jetzt machen wir einfach das gleiche mit Echoes of Wisdom Gott die Sortierung ist so ein Bullshit hier goldene sei die wertvollste Zutat im Spiel hat sich gelohnt hallo Mariko hallo Frankie das war das letzte Wort was du bei dem Video gehört hast ich glaube du hast dir Videos über Elektroautos angeschaut ok und jetzt kann ich doch sicher einfach sofort dieses Feuer Ding hier finden und da drin und da drin und auf er steht wer auch immer da drin liegt das Spiel liegt bei mir schon wieder im Schrank hast du schon 100% wenn nicht schäm dich ich werde heute einen Läunen bezwingen sag ich das ist heute mein Ziel ein Läune archivieren und wofür habe ich das jetzt gemacht die Echo ist das direkt aus der Hölle halt wirklich ich bin am Anfang vom Spiel man hat so viele dann noch ich glaube hier kann ich nicht mehr machen das Ding habe ich ja weggehebt gehoben was war jetzt dieses Grab da ich gehe da jetzt nicht nochmal alles durch das war jetzt nicht so weit weg du hast 100% gemacht ok ja dann kannst du es ja weglegen hab ich diese komischen die habe ich ne ja hier so ein Wind Tornado Frosch ok ähm warum ist hier nichts aufgedeckt wo soll ich hin warum ist hier gar nichts aufgedeckt wegen dem Sturm ich glaube sie hat gesagt ich soll wieder mit ihr da zurückgehen wo wir hergekommen sind also mache ich das gleich nachdem ich die hier alle zerfetzt habe wie auch immer das funktioniert nicht so Locktalks waren wenn sie nicht sofort zerstört werden das läuft nicht so gut das läuft gar nicht gut hier wo bin ich ich finde jetzt noch ein Ding irgendwas ist das zu ok Loser nein ich hasse die Boomerangs die Boomerangs sind irgendwie komisch ok die hier sehen ein bisschen stärker aus und das ist jetzt aber eine oder ah nein keine Sackgasse wie die können da hochspringen warum wieso können die so hochspringen ich habe ein Trampolin benutzt ich habe mir schon ich habe mir schon die ähm schon ein paar Videos angeschaut so mit Tricks und so wie ich zum Beispiel unendlich lang fliegen kann wie ich zum Beispiel ganz viel Rubine farmen kann Moment hier ist der Palast das war jetzt Zufall kann ich kann ich Mord klar warte hier beantworte doch nicht solche dummen Fragen Makigoro hier soll ich da hoch bringt mir das was auf den muss ich hoch ja ich ich habe ihnen etwas wundervolles geschickt auf Discord es wird sie ganz bezaubern das werde ich aber dann wohl nach dem Stream sehen oh mein Gott die Vorfreude ich kann mich kaum im Zaum halten ist es ein Checkpoint und warum hat es jetzt nicht runtergekracht wie sonst muss ich dafür höher sein nerv nicht jetzt hat es das auch aufgelöst warum ist das unsere nicht kaputt gegangen was warum geht es nicht oh nee wären da noch coole andere Sachen drin will ich irgendwann was haben was einfach immer die Singer kaputt macht habe ich nichts was das einfach kaputt macht außer wenn ich vielleicht mit dem Schwert schlage kann ich einem Gegner die einfach kaputt machen sehr gut sehr gut sehr gut was ist hier keine Decke oder was weil hier einfach nichts drüber ist ich komme da nicht mehr hoch okay hmmm hast du so einen Block schon als Echo was für ein Block nö schwerer Fails ist glaube ich das einzige was ich habe Zorro Zorro Nest los läuft ich glaube das bringt aber nichts weil achso ich muss es von hier unten nehmen geht es oh okay ach das ist einfach die Belohnung okay hast du keines von den gelben Wurms besiegt anscheinend nicht soll ich da hochkommen können ne ne aber wie soll ich denn sonst zurück ja 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 Kann man... Kann man Dungeons einfach verlassen? Soll ich einfach ewig, aber... Remax, kannst du ruhig sein? Hoch! Hoch! Okay, mach ich halt, was du gesagt hast. Ähm... Wie soll man darauf kommen? Ich meine, ich schätze mal, das ist ein... Jetzt nicht unbedingt ein... Kleiner Unterschlupf, den man sofort finden sollte. Vielleicht sollte man hier schon coolere Sachen, also mehr krasse Sachen haben, als was ich gerade habe. Ich hätte ja raus... Einfach raus warpen können, wahrscheinlich. Kann ich mit einer Katze reden? Bim, bim, bim... Ich glaube, ich muss hier hin. Ich glaube, ich muss hier hin. Wie wird vertraut? Hallo Herr Pins! Ich meine Katze! Nein! Hexte. Oh, hallo Dave. Hallo Kachinga. Sorry, ich habe euch übersehen. Der grüne Name. Was passiert? Das heißt, ich habe nichts gemacht. Das ist jetzt einfach per Zufall ist der Riss größer geworden. Und jetzt kann ich da rein. Jetzt sehe ich wieder alles. Warum ist das hier durchgestrichen? Achso, weil ich da als letztes gestorben bin. Okay. Jetzt können wir hier rein. Also das wird wahrscheinlich... Obwohl das der größere Riss ist, ist das der Hauptdungeon, den wir jetzt machen müssen. Und jetzt kommt hier wieder ein Sturm. Hallo, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich finde es den Sound von Tri Kacke. Bis jetzt gefällt er mir. Friede zurück. Ich habe immer Tri gesagt. Aber... Alle sagen Troy. Was logisch ist, weil es ist das Triforce, nicht das Triforce. Kann es sein, dass das Layout von Hyrule immer gleich ist? Nein. Aber das hier ist die Welt aus A Link to the Past. Deswegen, wenn du halt nur A Link to the Past kennst und jetzt das hier, dann bist du so, okay, die Welten sehen ziemlich ähnlich aus. Aber ansonsten nein. Du bist auch nicht immer in Hyrule. Achso, die Gerudo-Wüste ist wieder im Südwesten. Ja, okay. Okay. Fünf Stellen muss ich finden. Okay. Okay. Hüpf. Hüpf. Was ist das? Was ist das da? Wie komme ich da hin? Das ist doch irgendwas. Okay, ich muss nur lang genug ran. Achso, das war einfach nur diese blaue Energie zum Aufladen. Ich erinnere mich. Ich brauche die nicht mal. Oh mein Gott. Soll ich das hier machen? Wofür? Oh mein Gott. Okay, habe ich dich schon? Ja, wenn das halt runterfällt, dann kann ich das nicht einsammeln. Aber ich glaube, den Fisch hatte ich schon. Wie komme ich jetzt da oben hin? Schlamm. Soll ich den Fisch an sich benutzen? Irgendwann brauche ich so einen krassen Vogel. Dann kann ich doch überall hinfliegen. Hm. Brauche ich irgendwas, was diesen... Geht das? Ist das nur optional oder ist das was? Das ist doch bestimmt irgendwas. Hau den Fels um. Hau den Fels um. Muss ich das jetzt wieder mit dieser Spinne machen? Wie langsam untergeht. Okay. Hoch, hoch, hoch. Okay, sie kann krabbeln, aber sie gibt noch eine Zeit auf. Ich hab doch... Krabbel. Heia. Das ist dumm. Nochmal. Wie mach ich das? Äh... Nochmal. Wie mach ich das? Äh... Äh... I can do it. Jetzt, du bleibst da hängen! Moment, das muss ich tun, aber wie macht man das denn sonst? Das fühlt sich alles an, als würde ich das schießen. Das fühlt sich alles nicht richtig an. Aber okay. Hallo Kühner. Du hattest einen Fahrstuhl? Okay. Cheatest dich hier durch. Da fühlt sich meins richtiger an, als einfach einen Fahrstuhl zu benutzen. Du hast es mit einem gelben Block gemacht. Ich hab keinen... Achso, diese Dinger hier kann man zerstören. Ach, diese gelben Dinger kann man kaputt machen. Hier mit irgendeinem Spoilern, ey. Nochmal. Schlag. Aber warum? Warum springst du da drauf? Das bringt doch niemand was. Ähm... Schieß! Sag mal. Schieß! Krieg ich den weh? Brauch dich da durch! Schwächlinge. Sag mal. Timing. Sag mal. Oh, ich hab ja einen Vogel. Stimmt. Ist genug. Ich hab jetzt genug. Ja, dann ist es ja einfach. Dann ist es doch einfach, weil man jetzt diesen Aufzug hat. Das ist ja voll langweilig dann. Aufzug. Achso, das heißt, unter diesem einen Block hätte ich einfach einen Aufzug hin machen sollen. Und dann hätte der diesen fetten Block hochgehoben. Trotzdem. Ich fand, meins war cooler. Der Block ist doch voll easy dann. Wer braucht denn jetzt... ist doch langweilig mit dem Block. Oh mein Gott. Ist das langweilig. Äh... Geht doch bestimmt, oder? Ähm, kann ich die... Ähm... Moment, kann ich... Achso. Oh, die Gute. Nein. Ja, aber jetzt kommt der... Komm her. Hör auf zu erschrecken, Zelda. Nein. Wackelt das Ding jetzt, oder ist das außer Gefecht jetzt? Okay. Geht's da oben jetzt weiter, weil dann... Weil sonst weiß ich jetzt nicht, wohin. Da oben kann's nicht weitergehen. Ne. Hallo, Sakura. Zwei. Was war die Rede von fünf? Ach, da oben kann ich wahrscheinlich weiter. Und hier. Mensch, soll die doch einfach einen Aufzug benutzen. Verschämt. Aufzüge. Nein. Ah, die kann ich sogar mit einem Dreher einfach... Ich komm auf so einen Block gar nicht geschafft drauf. Ach, sie ist da rein. Hm. Gummidee. Aufzug. Aufzug. Ich mag keinen Aufzug nicht. Ist ja null kreativ so ein Aufzug. Dann... Kann ich einfach hier einen Aufzug nehmen. Äh. Ja, das ist aber knapp daneben. Es geht schon. Oh mein Gott, ist das einfach. Ist das gewollt so? Ne, man muss doch bestimmt... Von da drüben irgendwo. Also von hier. Vielleicht ist das gewollt. Okay, dann... Äh... Nur noch eins. Und das ist bestimmt hier. Ne, 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 ne. Oh, doch, doch, doch. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ach ja, man kann ja schlafen. Trotzdem. Höher. Höher. Ich schlafe. Ich schlafe. Ich schlafe. Ah. Ah. Er hört seine Rätsel gerne anspruchsvoll. Habe ich letztens schon gemerkt. Ja, wie dumm war dieses Rätsel in Silent Hill. Wollt man einfach nur zählen. Ich habe es so viel cooler gedacht als das Rätsel. Gehen mehr als drei? Ja. Brauchen wir aber nicht. Ja, am häufigsten verwendet. Und dieser Aufzug ist noch nicht hier. Nein. Und jetzt? Aber... cool okay aber das war ja ist das immer dann der Dungeon von dem Bereich, weil es fühlt sich nicht sehr Dungey an, es fühlt sich einfach an nach wahrscheinlich kommt jetzt der Dungeon, nachdem man die Welt von dem Riss befreit hat der längste Widescreen ever kriegst du einen neuen Schwanz? Nicht ansatzweise ich weiß der Leune der Leune ist ähm ich brauch dafür fünf oder sogar sechs, drei, sechs glaube ich Dreiecke frag doch nicht, du willst doch keine Spoiler schon was von rhetorischen Fragen gehört ich kann auch einfach die ganze Zeit nichts sagen und kennst du schon den Leunen? weil ich nachgeschaut hab ich kenn auch das Spiel schon ich weiß was am Ende passiert ich hab Speedruns angeschaut ähm ähm ich hab's ein bisschen schnell aufgegeben woher hätten wir das wissen sollen beide könnten böse sein ähm ja 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 Keine Ahnung, Mariko, davon habe ich nichts gehört. Die Videos von Domtendo kommen ja auch zurück und wurden nicht wegen einem Emulator, sondern einer Fake-Nachricht von Nintendo gesperrt. Was? Was heißt das überhaupt? Und warum sollte man jetzt dieser Sache glauben? Geh ab in den Süden. Welches ist dein Lieblings-Zelda? Ja, Majora's Mask. Wir müssen Stöpsel ziehen, um den Sand runterzulassen. Okay, ich geh mal Stöpsel ziehen. Höhle des Mechanismus. Sehr gut. Das war der Plan. Ich wollte nicht, dass der Octorok auf das Ding schießt. Ich wollte den Octorok nehmen. Gibt es was wie Eisenstiefel? Oh Gott, die kann ich doch bestimmt killen. Okay. Kann ich doch bestimmt ... Also ich kann sie sowieso aufhalten, indem ich aber so ... Oder zumindest ... Naja. Ja. 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 Kann ich meine eigenen Plattform umbringen? Ich glaube ... Er hat das selbst unter einem Video geschrieben, ihm würde ich kein Wort glauben. Er sollte die Videos runternehmen, weil angeblich Nintendo was dagegen hatte und es haben die letzten Wochen wohl eine Menge Anwälte an der Sache gesessen, welche nun herausgefunden haben, dass es doch ein Faker war und haben ihn wohl auch schon gefunden. Okay. Oder das ist eine Fake-Nachricht. Ja, das wäre zu realistisch. Den habe ich noch nicht, oder? Die Mumien habe ich noch nicht. Die freezen mich gar nicht. Not my, not my Re-Dead. Beziehungsweise ist es kein Re-Dead, sondern ein Mumier. Wie heißen die Mumien? Ich meine, am Ende sind es auch Re-Deads, oder? Und warum nehmen die keinen Schaden? Hallo? Nee, dauert nur. Ein Gypto. Gypto und Re-Dead. Aber Gyptos haben einen eigentlich auch immer... ...gefreezed. Nein. Ich bin gefangelt. Oho. Da kenn ich nix. Der Video ist ja nach und nach alle wieder online von ihm. Also gehe ich schon davon aus, dass es an der Story was Wahres dran ist. Oder... Er hat Nintendo bestochen. Ich bin jetzt da war wieder. Warum habe ich das Ganze gemacht? Für den Schlüssel, ach so. Okay. Nein, keine Ahnung. Gypto? Gypto? Mag ja sein. Kann ich auf den drauf springen? Ah ja. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Die zerstören sogar Bettel. Okay. Weißt du was gegen den? Oh oh. Oh oh. Äh. 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 Okay. Das heißt, ich kann die echt nur von oben kaputt machen? Oh no. Er kann den Kappen machen. Ist denn weg? Eine Fee. Aber ich habe keinen. Doch, das ist ein automatisches Fläschchen. Okay. Fläschchen. Same Sakura, same. Deswegen reagiere ich immer allergisch, wenn den jemand erwähnt. Ähm. Ähm. Hm. 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 Hallo, Fast Guy. Wind gegen Wind? Wo bist du jetzt verschwunden? Achso, weil es zwei wert ist. Hm. Ich brauche allein eins, um da drauf zu kommen, Mann. Ach, schade. Zieh dich mal hoch. Die blockt doch bestimmt das. Nein. Das ist eine generelle Abnergung, ja. Mit mir kannst du auch reden. So lässt sich der Sub doch schmecken jetzt. Wo bist du jetzt? Schalte ich irgendwas frei da drüben? Schalte ich mich. Das ist cool. Kommt genau in dem Moment zurück. Aber, aber ich muss zurück. Die Truhe. Oder ist ein schwarzer Gipto? Das zu einfach. Sobald man oben drauf haut. Moment mal, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Hallo. Ah. Was soll das? Okay. Ich glaube, sie können mir echt nichts anhaben. Die können mir nichts anhaben. Okay, gut. Gipto Level 2. Ich muss zurück. Hier ist nichts gewesen. Das ist der Stöpsel. Okay, ich muss zurück. Alles weg. Wie komme ich an diesem Ding vorbei? Okay, hier ist es sowieso. Okay, ich muss eh zurück. Ich muss den Stöpel... Ich muss den Stöpel ziehen. Egal, ich gehe jetzt zuerst zurück. Was kann ich da hin tun? Ich meine, das Einzige... Ich meine, ich könnte wahrscheinlich das einfach machen. Oh, nö. Habe ich nicht genug dafür? Zwei und drei. Fünf. Aber ich habe nur vier. Hm. Ist natürlich blöd. Okay, aber so geht's. Aber dann löst sich das zuerst auf. Zwei kann ich noch haben. Ne, ich kann nur noch eins haben. Ich meine, ich kann da was draufstellen, dass ich da einfach hochfahren kann, aber ich muss was machen, um erstmal da hochzukommen. Und dann, wenn ich das andere mache, löst sich das zuerst auf. Ja, so eben. Mhm, 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 mhm. Gott, wo ist das denn? Was ist, wenn ich... Ich weiß was. Aber festhalten. Einfach daran festhalten. Wie dumm ist das? Okay, ich kann mich an Sachen festhalten. Ich darf das nicht vergessen. Und das für 20. Alles gut, ist gut, ist gut. Bam, 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 bam. Darf ich was da nach deiner Regi-Hand in Schwert und Schild fragen? Nein, der Schillerpin wirkt nicht bei Regi-Drago und Regi-Eleki. Aber was willst du fragen? Wie, wo, wo hat es mich getroffen? Okay. Das ist schon Schmuck. Mhm. Ich habe natürlich ganz lame die Truhe zu mir hergezogen. Aber das geht ja nicht, solange du keinen Sichtkontakt zur Truhe hast. Werde ich denn die Truhe anvisieren können. Okay, gehen wir zurück. Hallo, neben dir. Und jetzt soll ich aber wieder raus. Ja, weil jetzt ist hier. Jetzt konnte ich hier rein. Und jetzt kann ich hier in den Tempel. Mit der 2D-Handsicht geht das auch von unten nach oben. Okay. Ich habe so ein Wochenende durchgespielt. Geil. Und, äh, hast du schon 100% gemacht? Willst du noch machen? Was sagst du zu dem Spiel? Das ist cool. Zack, zack, zack. Oh mein Gott, es ist Link. Ist auch am Sonntag fertig geworden. Dann mache ich es heute schnell fertig. Wenn ihr alle schon soweit seid. Ihr habt wahrscheinlich auch alle schon Mario Party durchgespielt. Wie, du kommst da nicht durch, nur weil da ein bisschen, du halt dich doch einfach fest. Link könnte sich da festhalten. Ähm. 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 coole musik kurz bei deinem hand die chance von 1.4000 stehen und hast ja soft wie seitdem funktioniert die methode mit dem kämpfen bis 500 plus gegen die reggie pokémon zur steigerung der shiny chance bei denen nicht zwei sachen nein weil reggie ist kein wildes pokémon das kann keine aura haben und zweitens 500 pokémon killen steigert nicht die shiny chance da bist du auf gerüchte reingefallen vor jahren dass 500 kills die shiny chance steigern das stimmt nicht oh nein hilfe ich werde sterben oh nein oh nein hilfe oh mein gott oh nein warum ist das kein echo muss ich die platten eigenständig besiegen dass sie ein echo hinterlassen oder sind die platten einfach kein echo das kann doch fast nicht sein alles ist doch ein echo oder nö 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 n Ich höre nicht so, als ob es ein Rätsel war. Was? Okay. Schlüssel? Doch du kannst einfach flüchten. Aber wenn du flüchtest, musst du das Rätsel neu machen. Flüchten geht schneller, aber dann musst du dich konzentrieren darauf, das Rätsel jedes Mal richtig zu machen. Und darauf hätte ich keinen Bock, deswegen Softens hätte ich. Trunks, kannst du aufhören zu husten, beziehungsweise geh doch mal zum Arzt, wenn du die ganze Zeit husten musst. Was war bei dieser anderen Stelle da? Warum ist das so weit zurück? Dann schaue ich das zuerst an. Ja, aber, aber... Ah! Das bringt was. Hey, bleib doch oben! Hä, was bringt das? Ist das einfach nur ein alternativer... Ist das einfach nur der Weg, den man eigentlich gehen sollte, um da hinzukommen? Ist ja voll lane. Warum sollte ich das machen, wenn hier eine Leiter ist? Komisch. Champ Destroyer, noch ganz kurz. 500 Kills steigert schon die Shiny Chance, aber nur sehr indirekt. 500 Kills von einem Pokémon steigert die Chance, dass brillante Pokémon erscheinen. Das sind die mit der Aura. Und Aura-Pokémon haben eine erhöhte Shiny Chance. Es liegt aber nicht an den 500 Kills, sondern es liegt darin, dass Auras immer eine erhöhte Shiny Chance haben. Aber natürlich kann ein Reggie nicht Aura haben. Die Aura von 1,5 auf 3. Ja, schau, dann weißt du es doch. Wieso sollte denn dann ein Reggie eine Aura haben? Und wie willst du 500 Reggies killen? Wenn es nur eins gibt? Was sind die? Was sind die? Gewichte. Gewichte. Das ist ja komische Tierchen. Okay. Die Fee sind gerade geheilt. Sind die so stark? Die sind richtig stark. Obso, 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 obso. Los, Gipto! Das funktioniert sicher richtig gut. Ähm. Das Spiel hier wirkt winzig. Aber es ist ja auch ein 2D-Seller. Ich finde, 35 Stunden für ein Spiel ist vollkommen ausreichend. Ups. Kannst du hier Reggies im Kampf normal besiegen und es erneut anquatschen? Hey, vielleicht haben sie auch eine Aura irgendwo versteckt im System. Keine Ahnung. Was ist das? Neinne embaktioniert istséqu. Was war aber daneben, oder war das? Was? Oder so. Schieß! Warum kann ich denen nicht befehlen, dass sie einfach schießen sollen? Okay, der weht sie auch noch weg. Schwing! Was bringt diese Schlangenstaatel? Was geschieht hier? Habe ich den schon? Oder ist der dunkler? Der sieht dunkler aus. Ich hätte nicht erwartet, dass er den überhaupt trifft. Ah! Was ist das für ein Trick gewesen? Hopp! Slug! Ja! Hält der so viel aus, Miner? Okay, ich hab den schon. Moment, 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 Moment. Ein Ei. Ja, das Eier haben nur eine gewisse Anzahl. Ähm... Kann man nicht random finden, die Eier? Irgendwie sowas? Okay, die sind echt geil, die Dinger. Das ist schon der Bossraum da. Das müssen zwei Opfergaben dargebracht werden. Welche es sein sollen, ist irgendwie auf diesem Stockwerk verzeichnet. Zwei Opfergaben? Ich muss rausfinden, welche. Vielleicht ist es ja sogar, da es hier nirgendwo weiter raus geht, schätze ich sogar, dass das ist einfach der Geist ist. Wow. Wie hat der Gypto ihm sogar Schaden gemacht? Ah! Wie, 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 wie? Ich glaub das waren bloß perfektes Timing. Ich hab dem gar nicht weh getan damit. Dann... äh... ... 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 So, hier geht es noch weiter. Wie gefällt es hier denn bis jetzt? Ist ja gut. Ich meine, das Menü ist schrecklich. Aber das kann, glaube ich, keiner gut reden, dieses schreckliche Menü. Ah, stimmt, die Eier sind in Amiibos drin. Stimmt. Das wollte ich übrigens noch machen. Ein paar Amiibos drauflegen. Kann ich das hier drin machen? Hier? Schade. Warum? Blasentang. Geil. Blasentang. Geil. Spiralkürbis. Mehr als drei geht nicht. Außer ich reset den Tag. Ja, ja. Hallo, Arn. Was läuft? Arn, warum spielst du eigentlich immer PC-Spiele? Lass doch mal Nintendo-Spiele spielen. Also du, nicht ich. Siehst du nicht, wie cool die sind? Da ist das Schweinchen oben. Ich glaube, die Dinger können einem kein Echo geben, oder? Sag mal. Was bist du? Was bist du? Oh mein Gott. Was lohnt sich trotzdem? Okay. Fische. Fische. Die Switch habe ich nur genutzt, um Dark Souls No Death zu üben. Okay. Das Spiel sieht cute aus. Das Spiel ist nicht nur cute, es ist super cool. Einzigartig. Hallo. Da ist zu weit weg. Und mal kann ich die herholen. Komm doch her. Okay. Er hat Angst vor Veränderung. Habe im Leben schon viele Nintendo gezeigt. Besser ist es. Demon Slayer ist besser als Zelda, als Pokémon. Das war gar nicht so random, wie du dachtest, Maury Demon. Gibt es hier etwa noch andere Demon Slayer? Nein, der Arn möchte hier entspannen. Er möchte jetzt sich nicht gezwungen fühlen, gegen mich vorzugehen. Vorzugehen. Cool, aber wie es so zuerst untergeht, der Fahrstuhl. Hallo Angel. Fight me. Ich kann dich nicht fighten. Ich habe Demon Slayer nie angeguckt. Doch habe ich. Leider. Zehn Folgen verschwendete Lebenszeit. Die ich nie wieder zurückbekomme. Ich habe die letzten Tage aber geile Sachen angeschaut. Aber nix Anime. Ich habe mich gerade dran zu erinnern, was ich angeschaut habe. Vielleicht darüber? Gestern Nacht habe ich Maxine angeschaut. Cooler, cooler Film. Nicht so geil wie die anderen Teile von dem Franchise. Also Axe und Pearl. Am Maxine war cool genug. Ja. Oh. Vielleicht kann ich nicht vor allem weglaufen die ganze Zeit. Hätte ich da lieber runtergesollt. Ah, Mist. Ich kann das nicht greifen. Und auch hier. Vielleicht muss ich ja zurück. Äh, dann habe ich... Was habe ich vorgestern angeschaut? Was ist das denn jetzt? Wer braucht denn das? Wer braucht denn eine Falkenstatue? Ist das einfach, um irgendwo in beiner Quest jemandem eine Falkenstatue zu schenken? Ich sehe sonst keinen Sinn in einer Statue. Oh gut, dann war das ja richtig. Äh, was habe ich denn dann? Ah ja, ich habe The Wicker Man angeschaut mit Christopher Lee. Von 1980 irgendwas. Cooler Film, cooler Film. Bisschen verstörend. Ich habe mehr erwartet. Ich dachte, der ist richtig krass verstörend. Aber er war schon nicht so verstörend. Was habe ich noch angeguckt? Ah ja. Den besten von denen, den ich jetzt die letzte Teil angeschaut habe, war das Ritual. Oh mein Gott, was für ein guter Film. Mann, ich habe sogar noch einen angeschaut, der so gut war. War das Ritual 5 von 5 Sternen. Großartiger Film. Das Ritual. Oh mein Gott, was für ein guter Film. Richtig spannend. Richtig creepy. Richtig coole Story. Richtig guter Film. Das Ritual. Ich habe ihn auf Amazon-Läucher geschickt. Dann ist Demon Slayer einer der besten Schonen da draußen. Aber das ist ja das Problem schon. Schonen. Das ist ja schon das Problem. Ich bin so schwach. Leo, kein DB-Kind? Ich bin Dragon Ball-Kind. Ich habe das in meiner... Ich zitiere immer eine Stelle aus meinem Leben, die eigentlich echt krank ist. Am 11. September 2001 habe ich Dragon Ball geguckt. Und auf einmal hat Dragon Ball aufgehört. Wegen so einer Eilmeldung in den Nachrichten. Dann bin ich zu meiner Mutter hochgerannt und habe geschrien Mama, Mama! Mein Dragon Ball ist einfach ausgegangen. Was soll das? Mach das wieder an. Irgendwelche Türme sind eingestürzt. Wo ist mein Dragon Ball? Und meine Mutter so, was? Mich hat es nicht gekümmert. Mich hat gekümmert, dass ich mein Dragon Ball nicht gucken konnte. Aber ich war... Ich war... Zwölf. Also doch, ich war Dragon Ball-Fan. Aber irgendwann... Irgendwann wird man halt erwachsen, ne? Irgendwann wird man halt erwachsen. Hm. It's bad, Link. Kann das sein, dass wenn ich den besiege, dass ich dann auch endlich Fall und Bogen machen kann? Komm, ich schubse dich einfach ins Loch. Au. Kann ich den nicht einfach jetzt... Oh. Kommt so... Ah, da ist er runtergefallen. Kommt er dir nicht. Hol aus! Ich meine, ich könnte auch einfach kämpfen, ne? Aber ich will nicht. Wie, schaffst du da drüber zu springen? Trottel! Was ist ein Trottel? Wurde es verbittert? Ja. Ich hab' verstanden, dass das Leben nicht einfach die Probleme löst, indem man ganz laut schreit. Äh! Okay, vielleicht war das doch zu einfach. Ähm, los! Wo ist der? Den hab' ich nicht gesehen, den Fall. Der war hinter dem Block. Du bist 2D. ниц yell'n, Knoll. Um 9'3'0'2'0'2'0'2'0'4'0'2'0'2'0'0'3'0'3'0'3'0'3'4'0'4'0'4'0'3'0'2'4'0'3'0'3'0'4'0'3'0''4'0'3'0'0'3'3'0'3'1'0'4'0'3'1'0'3'0'3'0'.3'0'3'2'0'3'0'2'0。 Rippke cool. What? Was? Okay. 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 Das war's für heute. Hm. Okay, okay, dann kämp' ich ja schon. Mach's halt so. Da kann man die Musik. Äh. Voll langsam als Link. Äh. Ist ja voll einfach, wenn man's so macht. Ich find das mit der Fähigkeit, dass ich Link werden kann, dumm. Das ist viel zu einfach. Warum geben die mir... Das soll doch einfach Rätsel sein. Wie kann ich etwas besiegen, ohne Zelda wirklich kämpfen zu lassen? Oh, einfach Link werden und alles zerschnetzeln? Immer nur meckern, der Buhr. Hm. Bis auf den einen Kampf hab' ich den Modus nicht genutzt. Ich war grad verzweifelt. Ähm. Hm? Ach, das muss ich. Was hab' ich noch, oder? Was bringt mir das kaputt zu machen? Nischt. Das ist ja nicht auf. Äh. 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 Wir sind eine eigenständige, starke Frau. Wir brauchen keinen Link. Okay. Ich link. Noch eine Statue. Ach so, das sind die Opfergaben. Das ist die Opfergabe wahrscheinlich. Und irgendwo steht, welche zwei ich benutzen muss. Ach so. Wahrscheinlich. Vielleicht. Wer war das? Peony. Dankeschön für 42 Monate. Hallo. Dankeschön. Vielleicht braucht Linkus. Get it? Nein. Ich danke. Nein, ich danke. Ich kann nur einer danken. Ich hab' ich ja teleportieren können, ne? Ich kann's immer noch. Ähm. Da ist Schlüssel. Da ist die Opfer, aber. Da sind die. Da muss ich die Opfer hinbringen. Da ist eine Truhe, die ich nicht hab? Oh, da muss ich sowieso noch hin, wegen dem Boss-Schlüssel. Ich glaub', da konnte ich noch nicht durch. Okay. Ich glaub' ja, wenn man dann mal getroffen wird, dann machen die echt schade. Gute alle Doppelapfel für den Shisha-Tabak. Nice. Gute alle Doppelapfel. Äh. Äh. Aber wie geht das? Ich hatte es fast. Das soll nicht gehen. Soll ich keines Dingen drehen? Oh Mann. Ich war wieder viel zu klug, ey. Aber trotzdem. So, warte mal. Aber ich kannte doch. Jetzt verbrennt der Pfeil. Hm. Hmm... Hmm... Los, Bumerang! Ah, wie komme ich da hin? Aber die checken ja nicht, was sie angreifen sollen. Oder ist das auf der gleichen Höhe und ich komme da einfach hin, wenn ich mich hierhin stelle? Oh, shit! Bim, 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 bim! Oh, da ist die Information! ... 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 Ich weiß noch nicht, wo der Eingang ist. Ah, hier vielleicht? Oh, vielleicht eins von diesen Dingern. Oh mein Gott. Ich werde mich daran nicht gewöhnen. So. Ein Loch, eine Leiter. Tod. Es gibt nicht wirklich eine Bestrafung dafür, dass man stirbt. Gleich wie nix. Ich will erst das lösen. Vor allem war da nix. Hier ist nix. Vielleicht muss ich alle Gegner killen da draußen. Entschuldigung. Dann kann ich die eigentlich greifen und killen. Das ist ne gemeine Kombo. Ich bin so weit weg. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Ich bin so weit weg. Ich bin so weit weg. Das ist wie ein Baby hecht. Das ist wie eine Brille. Ich bin so weit weg. Feier gegen Feier. Was war das? Da war was drin. Der Gegner, stimmt. Ich weiß nicht, soll es dieses kleine Türchen da sein? Achso, ich soll zu diesem kleinen Fenster? Ich dachte, das ist gar kein Fenster, das ist eine fucking Tür, Mann. Oh Mann, ist das doof. Okay. Wo ist mein Aufzug? Das ist so logisch. Und das ist es noch nicht mal. Und das ist es noch nicht mal. Okay, aber Geld ist wichtig. Aber wie gemein. Okay, dann... Speichere ich. Ich muss nicht speichern. Dann... Keine Ahnung. Boah, jetzt sind hier alle Gegner wieder, weil ich hier rausgedingst bin. War der nicht weg? Okay, dann... Boah, keine Ahnung. Was halte ich von der Verteilung von Meluetta? Ich finde sie gut. Jeder, der sich beschwert, ist kein echter Sammler. Ich verstehe nicht, wie man sich bei der Verteilung beschweren kann. Die Leute beschweren sich über Pokémon, die einfach so verschenkt werden. Und dann beschweren sich Leute darüber, wenn sie tatsächlich was dafür machen müssen. Ich meine, ich kann mich erst recht nicht beschweren, weil ich musste nichts dafür machen, weil ich alles 100% und ich hab das schon auf 100%. Aber wie kann man sich beschweren, dass man Pokémon fangen muss, um ein Pokémon zu bekommen? Also es ist das Einfachste mal eben, alle Pokémon zu fangen. Wohl nur, weil man was dafür tun muss. Ja. Also ich... Ich hätte es cooler gefunden, wenn natürlich Shiny Meluetta im Spiel selber resetbar gewesen wäre. Aber die Verteilung ist das Zweitbeste. Man muss was dafür tun. Und dass sie das jetzt mit anderen auch machen wollen, ist doch auch cool. Ich wisse nicht, warum man sich da beschweren soll. Leute, gebt mir Tipps. Ihr müsst das doch geschafft haben. Sagt mir nicht, ihr habt das nicht geschafft hier. Wie kriegt man diese Truhe, wo wahrscheinlich einfach nur Geld drin ist? Ich raff's nicht. Oder soll dieses... Es muss einen Raum darüber geben. Sind diese Dinger vielleicht drüber und man weiß es nur nicht? Aber eigentlich liegen die zwischen den ersten Erdgeschoss. Ich meine, was ist, wenn... Ich meine, man wird's ja hier sehen. Wenn hier zum Beispiel... Hier ist Sand. Wenn ich mich da bei dem Sand einfach runterfallen lasse, komme ich vielleicht da raus. Das wird keinen Sinn ergeben, weil das ist erstes Obergeschoss. Das ist dazwischen, das ist Erdgeschoss. Also eigentlich müsste ein Raum hier sein. Hier oben. Aber es ist ja wohl eindeutig so gewollt, weil das darunter rieselt, dass ich oben stehe und Maulwurf benutze. Aber... Wenn ich hier runter... Runter... Kein Punkt ist höher als der Punkt, wo man gestartet ist. Es würde... So kartografisch null Sinn ergeben. Aber gut, das Einzige... Wobei alle... Ne, das Einzige, wo... Ne, nirgendwo ist Sand. Das Einzige, was Sand ist, ist das da. Hier sieht man ja. Hier ist Sand. Hier überall ist Sand. Aber das ist drüber. Macht keinen Sinn. Am Ende ist der Bossraum einfach ein zweiter Stock und ich kann von da runter. Das sind mir Leute auch jetzt bekommen. Sehr gut. Nichts anderes habe ich erwartet. Okay, was ist mit dem da? Weil da bin ich dann nicht hier. Was war hier drin? Ahoi! Hallo Honigsun. Ich muss diese Truhe aufmachen. Aber hier ist nirgendwo Sand. Ach, das war der Eingang, ja. Okay, was ist, wenn ich nochmal rausgehe? Weil das draußen ist ja wirklich drüber. Aber da war nirgendwo Sand. Okay, das ist meine einzige Hoffnung. Weil draußen ist ja wirklich drüber. Wir sind auf dem Gebäude, wo alles drin ist. Da! Da ist Sand. Oh. Dein Ernst? Bei mir steht die Truhe auch noch da. Ja, dann guck mal her. Ich hab's jetzt endlich gecheckt. Man geht raus. Man geht hier rüber. Und da, wo der Sand ist. Wo komischerweise so ein Viereck ist. Warum sollte hier sonst dieser Schleim sein? Rufe ich doch direkt mal Link ein. Warum sollte hier sonst der Schlamm sein? Wobei, aber es ist Schlamm. Achso, ich muss einfach stehen bleiben. Nein, man stirbt. Ach komm, das wär so cool gewesen. Das wär so cool gewesen. Okay, hier. Na, da geht nicht durch. Oh man, das wär so cool gewesen. Das war voll die coole Lösung. Aber ja, es muss in dem Raum eigentlich drin sein. Aber das hier sieht so aus. Als ob das... Oh. Okay, schade. Ich fände es noch raus. Warum sollte Treibstein keine Lösung sein? Ich bin einfach... Ich... Aber hier ist halt auch nirgendwo... Etwas... Wo ich... Oh mein Gott, hier. Oh mein Gott, da. Da ist eine kleine Fläche. Das ist so logisch. Das war der Gedankengang. So ein guter Gedankengang. Ich bin so richtig... So wie die Macher von dem Spiel wollten, dass man da so langsam draufkommt. Es gibt keinen zweiten Stock. Oh Moment, mal draußen ist der zweite Stock. Okay. Im gleichen Moment gesehen. Ja. Was kommt jetzt für ein Boss? Hallo? Ich muss kurz schlafen. Ich bin so richtig. ein riesen Maulwurf, ein Stolobor, Maulgreif keine Chance gegen meine Kreiselarmee Oh mein Gott Soll man irgendwie die Statuen den Weg stellen wahrscheinlich? Ich tu ihm weh Nein Er ist jetzt an den Dingern Er kann sogar, wenn er versucht an den Dingern hochzukommen, dann bleibt es stecken Okay, jetzt geht das Doch, das geht Geht das immer noch? Er kann fliegen Der fliegende Maulwurf Natürlich Okay, das geht jetzt nicht mehr so gut Verdammt, sie haben meine Taktik durchschaut Äh, dann ne? Dann, ja, dann, dann, dann Dann schaue ich wie immer die falsche Taste Und dann Kommt er runter Und dann muss ich da was hinstellen, wo er runter kommt Okay Oh! Oder so Und dann Und dann Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Schade. Ich kann mich jetzt einfach hinter dem verstecken und er rennt in den Reihen. Geschenkt! Wenn man sich mal die Herzen anschaut über die Jahre hinweg, also in Ocarina of Time waren die Herzen noch so richtig perfekte Herzform und inzwischen sind die Herzen so richtig, so als ob sie Übergewicht hätten, so ein Herz, aber was so ein bisschen aufgequollen ist. Try Party Was sind die anderen jetzt alle? Da geht was! Jawoll! Halt der Y gedrückt? Achso. Wenn ich Y gedrückt halte, dann wird es sauweit weg gemacht, das Echo. Okay. Ich will jetzt wirklich den Läunen suchen. Also ich weiß, wo er ist. Das Problem ist nur, ich bin viel zu schwach wahrscheinlich, um einen Läunen zu besiegen. Aber vielleicht mal gucken, was ich für Smoothies machen kann. Zelda hat einfach null Ausdruck. Natürlich habe ich es geschafft. Ich bin Zelda. Okay, was weißt du schon so über das Spiel? Alles. Nein, nicht alles, aber ich habe Speedruns angeschaut, die sehr faszinierend sind. Ich habe mir angeschaut, wie ich den ich stärkstes Echo bekomme. Was ein Läune ist. Ich habe mir angeschaut, wie ich unendlich viel fliegen kann, wenn ich Bock habe. Läune ist mir nämlich erst ganz spät begegnet. Ja, der ist ja auch nur da, wenn du da nach ihm suchst. Weil wenn man es weiß, ist es ja schon offensichtlich, wo der ist. Okay. Also das hier habe ich jetzt gemacht. Mal schauen, was ich für... Smoothies machen kann. Habe ich schon so einen krassen Defense-Smoothie oder sowas? Ja, du bist gar nicht die Smoothie. Ähm... Leuchten? Okay, ich weiß nicht, weiß das jemand auswendig, was ich machen muss, um so einen Defense-Smoothie zu bekommen? Und hier kann ich Mangos farmen. Hier farmt man Mangos, um Geld zu machen. Ich glaube, nur Mangos reicht nicht, oder? Ich glaube, nur Mangos reicht nicht, oder? Nichts. 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 Okay. Okay. Pfff. Das ist ja schon ein weiter Weg, ne? Ähm... Ich könnte mal das ausprobieren mit dem Vogel. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Nein! 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 Es ist daran so schwer, nicht diese dumme Taste zu drücken. Was ist das, was ich? Ah... Nö... Es geht das! Fast. Irgendwie so ähnlich. Äh. Wo? Äh. Was muss ich mit dem machen? Was? Fast, fast, fast. Ich hab vergessen, was ich mit dem Fleisch machen muss. Wie muss ich das Fleisch greifen? Ähm. Ah, zuerst. Zuerst möchte ich das Fleisch haben. Nee. Wie soll ich denn... Wie soll ich denn... Achso! Warte, ich komme der Sache näher. Wo sind da zwei jetzt? Warte, ich komme der Sache. Warte, ich komme der Sache. Weiß keiner, was ich machen will. Warte, ich komme der Sache näher. Okay, und jetzt... Nicht ganz. Also ähnlich. Äh... Ich muss mir das jetzt nochmal anschauen. Es sah so einfach aus. Ähm... Oh... Oh... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Ich guck's mir an, bevor ich jetzt noch ewig lang rumprobiere. Was hast du da gedrückt? Ja, aber... Achso, ich hatt's richtig. Ich hatt's richtig, ich muss nur von Anfang an irgendwie weiter weg von dem. Einfach zu nah dran. Nein! So, so, okay, so kann ich das gut machen. Okay, ich muss es von Anfang an anders machen. Okay, 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 ich hab's gleich, ich hab's gleich. Let's go! Ich dachte, ich kann währenddessen, ähm, ich dachte, ich kann währenddessen steuern. Aber ich muss zuerst die Richtung vorgeben und dann fliegt er einfach in die Richtung. Wenn ich die Richtung ändern will, muss ich wieder auf den Boden. Okay. Warte nur gerne. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, wie komm ich da rein? Wie komm ich da rein? Oh, Katzi. Hallo, Immua. Ich bin nicht sehr weit gekommen. Okay, soll ich jetzt die Monster erledigen hier? Ich komm da gleich hoch zu diesem Herzstück. Moment, ist das jetzt nicht sau einfach mit dem Aufzug? Okay, retten wir zuerst den Typen da. Die haben hier ein bisschen zu viel Freiraum, die Dinger. Die bringen hier nicht so viel. Dann nehme ich halt... Gipto. Das ist zu langsam, oder? Okay. Aber strunk. Ich bin gar nicht link, nee. Ist es dir peinlich, für eine Frau gerettet worden zu sein? Wie hoch gehen hier die Lüfte jetzt? Hoch. Hoch. Hoch genug. Aber was bringt es mir jetzt hier zu sein? Jetzt fällt alles runter. Wunderschön. Ich finde es nice, dass es verschiedene Wege gibt. Trotzdem holen wir uns jetzt den Läunen, damit wir einfach alles platt machen können, wenn es im Weg ist. Was hat da geblinkt? Was hat da geblinkt? Was ist da draufgegangen? Nichts. Okay. Ich liebe diese Zeichnung von Zelda. Ich komme gar nicht so weit, wenn jeder mit mir reden will, die ganze Zeit. Wenn ich jetzt... Hallo? Ihr seid dumm. Ihr seid dumm. Du hast mir ein bisschen mit der Spinne hochgeklettert. Ja. Das haben sie schon echt gut gemacht, gell? Das haben sie schon echt gut gemacht. Die neue Zelda... Äh... Rezeptur. Alles machen zu können. Ist das Schloss Hyrule? Hallo? Keiner erkennt mich. So eine schöne Team Rocket Ver... Eine schöne Team Rocket Verkleidung. Hm. Was ist das? Stein an der Fußring. Weniger taumeln. Ich werde weniger weit weggeworfen. Ah. Lähm. Die mit Quests haben wir Ausrufezeichnungen. Ja, daher. Ein Zoll. Ein Zoll. Ein Zoll. Ich hab'n Zoll. Wow. Zolls, die die Kerzen aussehen. I got you, boy. Sag' jetzt nicht ein Zoll, die wie ein Wassertropfen aussieht. Kriegst gleich einen Sonnenbrand, so funktioniert Feuer nicht. Wasser, Hydrozoll. Okay. 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 Zell, das ist wie zu nach Hause kommen. Okay, war hier nicht der... Cool, 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 cool. Mario. Komm' mal da rein. Was passiert dann? Warum ist hier überhaupt kein... Schnellreisepunkt? Okay, vielleicht komm' ich nicht rein. Dann gehen wir raus. Ich hol' mir jetzt... Komm' ich da raus? Ich komm' da nicht raus. Ich hol' mir jetzt einen Läuen. Das ist das Ziel für heute. Und wenn es mich Stunden kostet... Warum kann ich den noch nicht mal benutzen, den Läuen, weil ich noch nicht genug Trice hab? Egal. Wolf? Den hab' ich noch nicht. Jetzt wirf doch! Wie er nichts macht. Oh mein Gott. Schau, so einfach wird es mit dem Läuen auch. Der Läuen wird doch sicher... ...einfach... ...von meinen kleinen Viechern fertig gemacht. Ein bisschen links, wo ein Schnellreisepunkt. Okay, hier war... Hier ist ein Eingang, aber das war zu... Kann man das von hier auf machen? Nein. Das ist bestimmt irgendwann offen. Eichesuche? Nee. Ich bin dran vorbeigelatscht. Wenn die hier nicht... Seh' ich die nicht? Nee. Also die Dinge... Es ist ein bisschen ein Witz, die zu holen, ne? Mit den... ...Aufzügen. Oh ja. Wups. Hallo. 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 Das wird eingezeichnet, gell? Also wenn ich so mache. Wie schon in Tales of the Kingdom und Breath of the Wild, weglaufen ist die beste Methode, die beste Taktik. Ich bekomme eh nichts dafür, dass ich die bekämpfe. Aber ein bisschen Geld. Und hat er nicht gesagt, ich soll nach, hat er nicht gesagt, nach links? Okay, muss ich noch weiter? Aber, ich glaube, ich muss ... Was bringt mir das hier? Es tut mir so, ich kann es hier nicht慣ren. Was ist schon? Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist denn klar? Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Okay, kann ich die auch kaputt machen? Ist ja gar nix cooles, man. Dann ist sich noch an das Mädel, das am Anfang von Silent Hill am Friedhof war. Ja. Ja. Die ist ein cooler Charakter. Also, ein sehr trauriger Charakter. Ich glaube, du solltest das Spiel selber mal spielen. Du hast bei mir das schlechte Ende gesehen. Kannst ja versuchen, das schöne Ende zu kriegen. Ich schaff das niemals. Monsterstein. Okay, ich glaub gerade, ich darf nicht. Aber das sind auch krasse Gegner. Okay, wie beseh ich jetzt diese Gegner? Eigentlich sind Octoroks. Oder die hier. Am besten. Ist eine Armee. Nicht draufstellen. Der hat doch keine Chance, auch wenn's jetzt ewig dauert. Aber dauert das so ewig? Char besiegt. Und der ist auch schwer, glaub ich. Level 2. Okay. Na gut. Ich weiß, man soll jetzt nicht hier unbedingt quer rumlaufen, weil das halt so ein spukter Wald ist. Aber das hier ist auch ein sehr krasser Gegner. Den holen wir uns auch. So, da. Oh Gott. Der trifft mich ja. Der ist so ein großes Schwert. Mani. Oh, schon mehr. Bisschen komisch, dass sie einfach aus Versehen da drauf landen können und dann war's das. Hey, nicht treffen. Ah. Ich hab ihn. Das ist ein saukrasser Kämpfer. Schwertmoblin Level 3. Und der ist einfach... Und der ist einfach... Der braucht... Der braucht schon 5. Die ich nicht habe. Hä? Ich dachte, ich hab 5. Ich hab doch... Aber ich kann's halt gerade nicht einsetzen. Hä? Aber ich hab doch 5. Hab ich noch 4? Ich hab doch 5. 5. Egal. Sollen die anderen Games auch was? Ich persönlich mochte nur Silent Hill 2. Viele schwören auch auf den ersten und auf den... Und der dritte ist der einzige, der noch gut ist. Alle danach waren echt Schrott. 1, 2 und 3 sind gut, aber der zweite ist weltweit der beliebteste. Was ist das für ein Geräusch? Boing. Ich glaube die Baba habe ich aber selber auch noch nie gehört. Nie gespeichert. Den habe ich doch schon, oder? Ja. Ich bin jetzt hier gefangen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo die Baba war. Aber die will ich eigentlich noch. Warte. Warte. Kann man die überhaupt so besiegen? Nee. Ich habe immer noch. Ich habe nur vier. Ich dachte ich habe schon fünf. Geh hin! Okay, die kann man nicht speichern. Oder ich habe sie schon. Okay, jetzt gehen wir zum Läunen. Und ich glaube... Hier. Man sieht diese Spuren. Dann folgt man einfach den Spuren. Dann sind sie hier. Dann sind sie da. Dann sind sie da. Dann sind sie hier. Und hier sollte es sein, oder? Nee, noch eins weiter. Dann sind sie hier. Dann sind sie hier. Und dann hier. Okay, das habe ich... Okay. Er ist nicht gekommen, hä? Vielleicht habe ich an der falschen Stelle angefangen. Ich glaube, man darf nicht falsch abbiegen. Aber ich bin nicht falsch abgebogen. Einfach nochmal. Hier. 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 Alan. Da ist er. Hilfe. Okay, der ist tot. Keine Ahnung, wie das jetzt machbar ist. Vielleicht ist es nicht machbar. Aber ich glaube schon, dass es machbar ist. Und er greift mich an, obwohl die alle noch da sind. Das ist ein Problem. Okay. Das ist halt ein Problem, wenn er mich angreift, obwohl Gegner da sind. Hm. Muss ich jedes Mal den Weg gehen? Ich weiß halt nicht, ob ich den... Ich kann mich mal kurz zu link machen, ob ich dann schneller bin. Aber dann kann ich nichts mehr rufen. Was ist denn, wenn ich ihn komplett... ...so... ...einkärche in... ...so Steinen und dann... ...kann er nicht weg? Ich glaube, ich kann sich das nicht verwenden, wie ich das nicht verwende. Ich kann mich nicht mehrsehen. Wie ist das hier? Das war's für heute. so kommt er nie zu mir durch weiß doch nicht ob sie ihm auch wehtun folgst du mir bis hierhin er folgt mir er folgt mir er folgt mir nicht auf den bäumen er springt einfach über die drüber nein okay es geht schon irgendwie man muss nur so viel glück haben dass man dass er einen halt einfach in ruhe lässt aber wenn er bock hat kann er ihn sofort killen hallo lynx soll ich das jetzt weiter probieren kann ihn eh noch nicht benutzen was mich verwundert also ihn kann ich eh noch nicht benutzen aber ich dachte ich habe schon fünf tries warum habe ich keine fünf tries wo sehe ich das da steht level 3 aber das level 3 hat mir nicht ein weiteres try gegeben er ist einfach level 3 aber level 3 bringt mir nix na gut okay was machen wir dann ich muss zumindest also es bringt ja nix in jetzt zu haben ich glaube der hier ist fünf wert ich glaube ein leune ist sechs wert das heißt es lohnt sich noch nicht mal ein leun jetzt zu holen das wäre nur cool wenn ich noch nicht mal den hier einsetzen kann okay dann laufe ich weiter rum ist das die zora quest line hier wo habe ich den schnellpunkt übersehen hallo tony also das ist der aber kann der vielleicht schon was machen biest hallo dankeschön für zehn monate das sechs monate im voraus subscribed gerade ich kann keine längere leiste haben level 3 max habe ich will mehr hast du letzten monat gemacht okay ich stehe wahrscheinlich jetzt immer da es kann durchkommen warte mal ho wir machen nie was ähm tsch 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 wir nehmen wir hüpp 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 Und ich weiß, dass wir eine Feenquelle haben. Ungefähr hier, oder? Da will ich jetzt hin. Da ist eine Feenquelle. Da kann ich mein Equipment vergrüßen. Meine Beuteltasche oder sowas. Warte, ich will das noch mal mit dem Fliegen probieren jetzt. Ähm. Der Schild ist eigentlich am geilsten. Oh, da ist der richtige Vogel. Den brauche ich. Ja. Das ist ein komisches. Okay. Das ist der krasse Vogel. Guai. Ein geil. Okay, der ist echt schnell. Wie soll ich denn kriegen? Du machst sofort eine Abbiegung. Warum? was? Aha. Okay. Ein Abstand. Wer nicht geht. Okay. Warum nicht? Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Leicht. Nein. Ach ja. Einfach, weil es cool ist. ich bin noch nicht ganz auf dem richtigen Kurs. Aber es ist, glaube ich, schneller als zu laufen. Achtung, ich wipe aus, wenn nein, so kommt er an das Fleisch. Fleisch. Lass mein Fleisch in Ruhe. Nein. Wie kriege ich den weiter weg? Das ist mein Problem. Achso, vielleicht so. Eben nicht. Schade. Okay. Aber ich bin sehr viel näher. Komm, da ist ja was drunter. Da ist ja was drunter. Als ob das hier grundlos einfach stehen würde. Aha. Ist das ein Glitch? Nö. Das Spiel funktioniert einfach so. Das Spiel ist einfach so crazy. Komm ich da einfach raus? Okay, wo ist die... Aber die Fische haben wir noch nicht, oder? Da. Hier? Ist das hier der Fäden? Fädenquelle? Jawohl. Ich sollte schon was, glaube ich, kaufen können von ihr. Das ist kein Glitch. Das ist so wie in Tears of the Kingdom, wo du auch, dadurch, dass du alles mit deiner Hand manipulieren kannst. Kannst du auch fliegen. Ich mag meine dreieckigen Feen um einiges lieber. Mode-Nachhilfe, bitte. Normalerweise wollen die kein Geld. Normalerweise ist die Belohnung, dass ich sie gefunden habe. Und hat Rubine. Was kriege ich jetzt? Aber auch eine größere Tasche. Ich habe bisher ein Accessoire gefunden. Ich brauche keine größere Tasche. Was kostet das Nächste? 300. Das machen wir noch und dann ist Schluss. Ich liebe Rubine. Das ist die erste Fäe, die einfach geldgeil ist. Die anderen waren nur geil. Okay. Wo fliegen wir jetzt hin? Bis ans Ende der Welt. Wie kann ich diese... Oh mein Gott, widerliche Spinnen. Die sehen hier so viel ekliger aus. Hier, kill die. Schaffst du das? Oha, okay. Mürrfisch. Ist doch die Spinnen Down-Gay? Nicht Gay, Gay. Gay. Zwischen Gay und Gay. Ach, die ertrinken dann. Oh, verdammt. Ein Stempel. Wow. Gibt es sowas wie den Weg des Helden hier in dem Spiel, dass ich sehen kann, wo ich schon war auf der Karte? Weil das ist natürlich geil, wenn ich einfach gucken kann und mir sehe, ah, da war ich noch nicht. Oder auf dieser Insel war ich noch nicht. Aber ich glaube, das wird schwer zu sehen. Süß, wie er da auf mich wartet. der Rokal-Luke. Komm, geil. Yes. Wie weit sind die Fäden Börsenmakler und verzocken ihr Geld dort immer wieder, deswegen betteln sie chronisch. Ja. Du sagst es. Das wird sein. Welcher Knopf? Nein. Damals war das Zelda-Spiel noch A drücken und gewinnen. Vielleicht nicht A drücken, B drücken und gewinnen. Jetzt sind es so viele Tasten und ich komme nicht hinterher. Krabbe. Geil, los. Die habe ich schon, die habe ich schon. Das ist ein Weg zu den Zoras jetzt. Als Zufall. Ich sehe die Wand. Ich sehe dich. Yabul-Gewässe. Ich muss mal ein paar Accessoires kaufen. Ich habe einfach nichts. Ein paar Schmuck. was wir hier unendlich unendlich Leben haben oder so. Noah, wie bringe ich dieses Ding zum Einsturz? Er schießt ja nicht von alleine. Die schießen alle nicht von alleine. Oh, was? Warum hat der gerade geschossen? Sana. Verstehe ich nicht. Wahrscheinlich geht das einfach noch nicht. Leif an! Oh, Stempel, Stempel, Stempel. Lord Yabu, Yabu, den kennen wir doch. Nenn mich doch nicht Zelda vor all den Leuten. Wir haben doch gesagt, ich bin Sven. Sven, der Abenteurer. hier sind die Floettes. Flabibes nehme ich auch. Und hier ist Yabu Yabu schrein wahrscheinlich. Darf ich da jetzt schon rein? Wobei wahrscheinlich ist das der vielleicht muss ich erst irgendwas machen damit hier dann der Schrein auftaucht. Oder Yabu Yabu oder irgendwas. Ich mag das Geräusch von Tri. So muss der Laden zubleiben. Niemals! Was brauchst du? Der Blasentang, meine Geimzitat, ist ausgegangen. Oh, muss ich jetzt Blasentang holen? Okay. Hier. Drei Stück rettet dein Geschäft. Es ist mir einfach sein, in den Laden zu führen. Das muss hier einfach sein. Einige Spinne. Was bringt das hier zu sein? Vielleicht muss ich hier eh hin, wenn ich Quest mache. Also ein bisschen, also ich habe mich, also ich beschwere mich nicht, aber es sind schon sauviele Schnellreisepunkte. ein bisschen, und ein bisschen denn knapp. Also werfen, Ich hab das Gefühl, ich sollte hier noch nicht sein. Ich sollte überall noch nicht sein. Überall Höhlen. Ich will erstmal alle Punkte freischalten. Ein Zora. Oh mein Gott, das sind die Oldschool-Zoras. Die Gen 1-Zoras. Hey. Wo ist das? Zora-Flossen. Schneller schwimmen. Ich hab gerade so kein Geld. Schenkst du mir die? Die wären nicht schlecht wahrscheinlich. Das Zora-Level. Wir reden alle so normal. Sollten die nicht so blubber, blubber, blubber reden? Ist das schon ein Shiny-Zora? Ja. Die müssen grün sein. Dü-dü-dü-dü-dü-dü. Oh, hab ich das gemacht? Ja. Oh, hallo. Ivraldis. Guten Tag, guten Tag. Herzlich willkommen. Wie geht's? Warum kommen zwei? Ihr gehört zusammen, oder? Ihr müsst zusammen gehören. Gehört ihr zusammen? Ranger Area? Ivraldis und Ranger Area? Das kann auch kein Zufall sein. Ja? Okay, gut, gut, gut. Was wäre das für ein krasser Zufall? Haben wir uns abgesprochen. Aber dann habt ihr auch was zusammen gemacht. Was habt ihr zusammen gemacht? Hallo, hallo. Pandapool. Baun, baun, baun. Banzai, sorry. Banzai Baum. Oracan. Katspirin. Mentakun. Grüßt euch. Lacy Nefaloa. Sir Sarkas. Roxyline. Hi, hi, hi. Hellsmarch. Hi. Avery. Die Tex Avery Show. Yudu Girl. Hallo, hallo. Grüße. Grüße von den aktiven Zehen. Die aktiven Zehen. Man of Meden gespielt. Horror. Wie kommt ihr dann denn jetzt hier? Das ist ein großer Umschwung jetzt. Der Titel besagt, äh, Chill Zone, Cozy Wipes. Yeah. Äh, vielen, vielen Dank. Ich habe letztens Silent Hill 2 gespielt. Das war großartig. Was für ein geiles Horrorspiel. Ich glaube, das ist mein Favorite Game in diesem Jahr. Bis jetzt. Schöner Ausgleich. Wir spielen, äh, Echoes of Wisdom. Das neueste Zelda-Spiel. Macht sehr viel Bock. Ich liebe Zelda. Ich bin allgemein aber Pokémon-Streamer. Also unter Tag seht ihr mich hier nur Pokémon, äh, spielen und streamen und Challenges machen und was nicht alles. Ähm. Aber wenn ich Zeit habe, gehe ich auch einfach so online und spiele, worauf ich Bock habe. Und das ist dieser Scream. Herzlich willkommen. Horror ist gut. Zelda ist immer toll. Du möchtest sagen, besser. Man kann ja nicht mit Horror ins Bett gehen. Okay, okay. Ja, ist ja, ist ja... Ich freue mich. Äh, Man of Mean habe ich damals gespielt, als es rauskam. Ich habe auch so gut wie alle anderen von denen gespielt. Nur den neuesten nicht. Was heißt den neuesten? Aber den neuesten von dieser Reihe. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Weil die ja echt immer schlechter wurden. Aber Man of Mean war noch gut. Das mit dem Eyebrow-Schauspieler mochte ich auch noch. Und dann wurde es richtig schlecht. Aber ich habe mir, ähm, wie heißt es? The Query habe ich mir geholt. Das habe ich auch noch nicht gespielt. Mag Evraldes auch da Silent Hill 2? Ich kann es nur jedem empfehlen. Ich habe Silent Hill 2 sehr, sehr genossen. Das war so gut gemacht. Ich kannte, ich kannte auch das Original. Ich weiß nicht, warum hier ein Punkt ist. Hier ist nix. Hallo? Ich kannte schon das Original und habe das Original schon gelebt. Das Remake ist wirklich sehr gut dem Original nachempfunden und modernisiert. Also, dass es heute richtig Bock macht zu spielen. Und die Story ist so gut. Die Grafik ist auch super. Bis auf ein paar Glitches, Fehler und sowas. Aber es kam letztens ein Patch raus. Vielleicht wurden die behoben. Aber allein die Stimmung von Silent Hill 2 ist so geil. Weil du musst es so langsam spielen, dass es so gruselig ist einfach. Also, es spielt immer noch Silent Hill. Sehr gut. Ich hatte danach direkt Bock, wieder von vorn anzufangen. Aber dafür hat man ja auch keine Zeit. Spiel nochmal spielen. Lerne ich irgendwann Kaskade, dass ich hier diese Wasserfälle hochkomme? Hier, wenn ihr jetzt gerade da seid, bevor ihr jetzt ins Bett geht. Ich habe einen coolen Trick mir heute beigebracht. In diesem Spiel. Schaut mal. Man kann jederzeit einfach in diesem Spiel wegfliegen. Äh, fliegen wir nach Süden, oder? Und zwar, Achtung, ich verkack's jetzt nicht. Verkackt. Okay, 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 okay. Du bist ein bisschen schief. Aber es macht nix. Ähm. Ja, dann habe ich es falsch gemacht. Nochmal. Und fort. Wo ist Fleisch? Und so fliegt man durchs Spiel. Komplett legit ohne Glitch. Das ist kein Glitch. Man muss einfach... Oh mein Gott. Kann ich über Risse fliegen? Anscheinend nicht. Okay, das war's. Äh, ähm, ähm. Ähm. Du isst mein Fleisch. Warte. Ist das schlecht? Äh. Das hat ja super geklappt. Ich kann ja nichts dafür, dass da ein Riss ist. Da kann er halt nicht drüber fliegen. Muss ich jetzt kilometerweit schwimmen? Okay, nicht so weit. Oh, doch. Ich... Ah, doch, hier. Keine Ahnung. Jesus, fliegen ist nämlich noch nicht mal so krass gut. Kann ich euch irgendwie wegmachen? Hier, nehmt das Fleisch. Was passiert, wenn ich das mache? Oh, okay. Das funktioniert. Das wird funktionieren. Goodbye. Wie tauche ich? So. Bam, bam, bam. So schön. Also das andere Horror-Spiel, was ich noch vielleicht diesen Monat auschecken werde in diesem Spooky-Tober ist The Query, aber bin mir nicht sicher. Es soll schon gut sein, aber es ist jetzt auch nicht super aktuell. Und ansonsten interessiert mich nichts, was Horror anbelangt. Es ist echt selten, dass ein Horror-Spiel mir gefällt. Meistens sind sie so vorhersehbar. Okay, das kann ich... Das kriege ich... Oh mein Gott, warte. Das kriege ich doch aus, wenn ich jetzt so... Nein? Ey, was soll ich denn unter Wasser für eine Bombe benutzen können? Ich habe keine Ahnung, was es für Bomben noch geben wird. Sticker sehen übrigens so geil aus. Okay, warte. Was ist da in der Mitte? Da ist wahrscheinlich der Wasser-Dungeon dann. In dem Riss wahrscheinlich. Hm. Das sind da... Ah, das sind neue Zoras. Das heißt, wir haben Oldschool-Zoras und neue Zoras. Wie rechtfertigen die das? Wie rechtfertigen die das? Was ist der Unterschied zwischen den Zoras? Hm. Resi 2. Resi 2 war sehr gut. Ich würde sagen, Silent Hill 2 ist besser, weil Resi 2 ist zwar getreu nachempfunden, aber es ist trotzdem sehr viel Geballer. Wohingegen in Silent Hill 2... Das ist kein Geballer. Du kannst nicht einfach ballern, weil alles so eng ist, weil du die ganze Zeit überfallen wirst von irgendwelchen Hosen. Aber... Aber... Aber ja, Resi 2 ist definitiv auch ein sehr gutes Horrorspiel. Resi 4 ist auch großartig, aber das ist für mich nicht mehr mehr ein Horrorspiel. Das ist aber ein Zombiespiel. Also da ist nichts, was irgendwie gruselig ist. Soll ich da jetzt reingehen? Das heißt, die unterscheiden hier die Oldschool-Zoras mit den modernen Zoras. Crazy. Ist das das erste Spiel, wo beide Zoras vorkommen? Beide Rassen an Zoras? Wenn du die Texte lesen würdest... Ich habe alle Texte gelesen. Ich merke sie mir noch nicht. Ach, Salzwasser und Süßwasser, Zoras. Das haben die erklärt schon? Wann haben die das erklärt? In welcher Textbox stand das? Ich lese alle Texte. Ich lese sie euch noch nicht vor. Noch nicht eure Mutti. Kann schön selber mitlesen. Ah, ich lese sie alle. Ah, die sehen süß aus. Im 3DS-Tailer-Spiel gab es auch schon beide zusammen. Nein. Nein. Was? Majora's Mask. Save nicht. Ocarina of Time. Save nicht. Ach so, du meinst... Minish Cap? Nee, Minish Cap ist ein... Link Between Worlds. Was? Echt? Da gab es beide? Habe ich total vergessen. Ich habe das einmal durchgespielt und nie... nie wieder. Das ist ein super Spiel. Aber krass... Das hatte ich vergessen. Bist du Mifa? 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 Okay. Dann rede ich noch mal mit denen. Die sagen mir, wo ich hin soll. Aber wahrscheinlich wollen die sogar, dass ich bis hier hochgehe. Und hier dann... Und Jabo Jabo rede. Aber ich rede nochmal mit denen. Er hätte irgendwas gesagt, dass ich zu Jabo Jabo gehen soll. Aber ich dachte, er ist gleich um die Ecke. Aber ist er nicht. Ja, und da bin ich lang gegangen und dann war da nix. Das heißt, die wollen, dass ich bis hier hochgehe. wenn man die Brücke im Osten überquert. War ich da schon? Oh nein. Let them fight. Los! Schneller! Sehr gut. Oh mein Gott. Du hast so viel Zeit zu zielen. Der chillt auch, oder? Den kümmert es gar nicht. Der Horn. Was neu? Jetzt aber kann der erste Schlag nicht treffen. Liegt es daran? 50 Rubine. 50 Rubine. Wobei, das war nicht mal 10 Rubine wert. 50. 20. 20. Oh! Ein Flusspferdchen. Aber hier ist nix. Brackplatz. Die Meerzoros und die Flusszoros fliegen hier für Lord Yabu Yabu zu musizieren. Okay, also ist es im Norden. Der Typ hat gesagt, ich soll einfach die Brücke im Westen, im Osten überqueren und dann ist da die Städte. Aber in Wirklichkeit muss ich noch einen fetten Weg nach Norden gehen. Dann war das ja richtig, was ich am Anfang gemacht habe. Die sehen so cool aus. Wie komme ich da hoch? Ah, das sah so steil aus. Okay. Oh, kleines Haus. Ich dachte, er ist größer. Ich dachte, Lord Yabu Yabu ist ein riesiger Fisch. Ah ne, er ist es nicht. Lord Dratt. Oder nur Dratt. Dread, guter Film. Schlimmer geht's immer. Oh nein, oh nein. Sollen wir nur tun? Oh nein, ich weiß es nicht. Ich bin nur der Chef. Okay, wir sind noch nicht da. Ich dachte, das wäre das. Aber wir müssen noch weiter nach oben. Ähm, aber wie? Okay. Ah, hier. Noch nicht. Doch. Okay, cool, 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 cool. So, hier ist das Problem. ein Riss, da hat er ein Riss, überall Risse. Okay, da noch nicht. Wo soll ich hin? Jetzt wieder runter? Ich hätte wahrscheinlich hier reingesollt. Wir gucken uns einfach von jedem Winkel das an, bevor wir ins richtige Loch reingehen. Oh, ne Dragonfly, die habe ich noch nicht. Ah, ahm, 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 Problem. So, da war ich noch nicht drin. It's Rätsel time. Hab schon, hab schon, schon, hab schon komplett durchguckt, was ich machen muss. Was? Als ob das nicht drauf ist. Physik. Entschuldigt, ich muss noch diesen einen Pixel weiter nach rechts gehen. Ich hätte nicht mal loslassen müssen. bei One Piece gibt's auch unterschiedliche Arten von Fischmenzen. Jaha, aber, aber Zelda. Dafür muss ich ja dann wohl ein Erzteil kriegen, oder? Ähm, das wird jetzt nicht funktionieren. Bleib' ich damit verbunden? Oh, dauerne. Ähm, wie machen wir das am besten? Ja. Ja, ich will, ich will, Oh, schade. Es wäre so cool, wenn ich einfach drüber springen könnte. Nein, also ja. Nein, jetzt. Okay, 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 okay. Was ist die elegante Art, das zu lösen? Nein, vor allem ist meine Truhe weg. Ähm. Ich muss irgendwie... Ich meine, es war schon richtig, nur muss das Ding unter Wasser sein und dann nach oben gehen. Was muss genau in dem Moment nach oben gehen? Oder ich... Aber du komm, ich schwimmbetten? Oh, ich werde nicht schwimmen. Gibt es nicht um? Halt! Was macht das? Warum? 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 Okay, warte, das funktioniert so nicht. Aber fast. Aber so ziemlich. Ähm. Wir sind halt tiefer. Das heißt, wenn ich dich hier raushole, was nicht geht, weil es zu tief ist, dein Ernst. Und dann da ein Bett drauf stelle. Und das jetzt wieder ins Wasser... Nein. Oh, shit. Nein! Oh. Das geht. Das ist okay. Moment, ich hätte einfach die ganze Zeit nur springen müssen. Ich hätte die ganze Zeit nur springen müssen. Das ist der Trick, einfach nur zu springen. Oh, Gott. Okay. Es ist doch drauf! Es ist doch drauf, du Dreckspiel! Das ist eine schöne Pyramide hier. Verreck. Das ist doch die Genauigkeit, die das Spiel hier verlangt. Warum? Warum bist du so? Warum? Du bist doch jetzt! Ich trottelte die ganze Zeit. Du denkst so kompliziert. Ich denke halt, cool! Ich hätte nur springen müssen. Ähm. Mal drüberheben. Ich will es doch nur gerade. Dann ist die ganze Zeit schief. Ne, da ist eine Decke. Ich komme nicht höher. Ich muss hier aufeinander tun. Du Dreck! Du Dreck! Du Dreck! Gute Nacht, Kaschierer. Ein nicht schwimmendes Bett. Meine Betten können schwimmen. Knapp. Schöne Nacht, Maurediven. Ich kann halt... Ich kann so machen, okay. Ich sollte mehr anvisieren. Das ist ja gerade, so reicht es. Oh, willst du mich? Okay, ich hab mir ein Herzteil verdient. Für das mittlere. Oder 100 Rubine. Aber tatsächlich, 100 Rubine sind wir lieber. Ergatz, der Manni. Der Raum hier hat mich dazu gebracht, zu googeln. Aber zuerst denken, ich denke, zu kompliziert. Das war doch nicht schwer. Oh, Dragonfly? Was fliegt jetzt? Nee. Diesen Gegner habe ich noch nie. Wobei, stimmt. Es gibt Dragonflies in Majora's Mask. Die sehen aber ein bisschen ekliger aus. Wo? Hier, glaube ich. Wir gehen alles rückwärts. Ich folge doch nicht den Anweisungen des Spiels. Dann haben wir hier einen Eingang. Nicht die Bombenfische stören. Okay, das sind Bombenfische. Danke. Ach Gott. Soll man das sehen, dass da eine Wand ist? So. Okay, auch noch ansatzweise gestört und sie explodieren. Ich glaube, damit kann ich jetzt Sachen explodieren. Sprengen, auch genannt. Ah, das ist kein Bombenfisch. Die liegen einfach da und explodieren. Also es ist einfach eine Bombe. Der kurze Moment davor, wo er realisiert... Okay, das war's. Ich will nicht das Schild lesen sollen. Hast du schon. Okay, die sind noch ein bisschen dumm. Du darfst... Du darfst explodieren. Sie müssen was berühren. Ich bin verreckt. Ich bin verreckt. Ich bin verreckt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hatte eine Fee, die hat mich gerettet. Ich bin verreckt. Ich liebe die Bombe, füsche. Nein. Nein, kannst du nicht springen dabei? Okay, man kann nicht dabei springen. Äh, dann, äh... Okay, zweimal. Okay, dann, 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 dann anders. Schade. Oder geht das gar nicht so aus? Muss doch so gehen. Ja, weil es halt vier sind. Ich kann gar keinen, aber eins kann ich wenigstens machen. Nein, ach ja, ich hab vier. Ähm... Ansonsten... ... Ansonsten... Ansonsten... ... ... ... Das war's für heute. Was ist Holz? Ist das jetzt auch nur so ein perspektiven Ding und in Wirklichkeit kann ich da einfach hochklettern? Meine Fresse, wo ist die Spannung? Nö. Ich meine, es muss ja was mit Bombenfisch zu tun haben. Kann ich das erst machen, wenn ich mehr Trice hab? Ich würde ja was drauflegen und dann hoch, aber ich kann nichts machen. Nö, was? Nö, nein, ist lösbar. Du denkst wieder zu umständlich. Ja, weil die Spiele zu einfach sind. Muss ich den Bombenfisch nehmen? Ach so. Geh runter, Mann. Ah, Nö. Ah, die Treppe ist immer gut. Ich bin sehr sehr süß. Ich bin sehr süß. Ich bin sehr süß. Es geht auch einfacher. Nimm! Ich weiß nicht, ob es mit der Bombe geht. Die Bombe hatte echt einen riesigen Bombenkreis, also einen Sprengkreis. Ich kann sie nicht ablegen. Ich weiß nicht, ob es mit der Bombe gehen würde. Gemein. Ich bin, ich finde, ich habe nicht zu kompliziert gedacht. Das war relativ schwer. Okay. Jetzt. So, Yabu Yabu. Was mit dem Bett und der Feuerstelle gemacht? Ach, ich glaube, ich habe keine Feuerstelle. Oh, ich finde, ich habe nicht mehr. Toll, wenn ich die Feuerstelle gemacht habe. Ich habe nicht mehr. 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 Hier wird's mir genau erklärt. Fluss Zoras. Jetzt muss ich die beiden Oberhörter finden und die müssen hier musizieren. Ich muss die beiden Völker zusammenbringen. Friede, true love. Nummer eins ist hier oben. Der sah besonders nett aus. Klingt eher eigentlich wie Geronenmusik, finde ich. Wie blablub ist eigentlich lustig, wenn es ein Fisch sagt. Wenn ich zu den anderen Zoras gehe, sagt dann... Ah ne, sie gehen zum Brackplatz, okay. Ich dachte, er geht jetzt zu dem anderen Zora. Wir finden hier kein Gehör. Oh, der feine Try. Ich will mal Tri sagen. Tri klingt irgendwie besser, aber es muss Try heißen. Meinem Backplatz. Aber dann gehe ich zuerst zu dem Zora. Welche Zoras sind cooler? Die Salzwasser-Zoras, oder? Moment, was ist mit der Lohr? Also, Moment mal. In Wind Waker gab's keine Zoras, weil die Welt überschwemmt wurde vom Salzwasser. Deswegen haben die Zoras sich entwickelt zu Oris. Über hunderte von Jahren hinweg. Was bedeuten würde, dass diese Zoras hier eigentlich Süßwasser-Zoras sind? Weil sie nicht die riesigen Meere von Wind Waker ertragen konnten. Und wir haben bis jetzt auch immer Zoras nur in Seen gefunden. Nicht im Meer. Breath of the Wild, Ocarina of Time, Majora's Mask. Das waren... Ah, Majora's Mask waren im Meer. Aber die in Ocarina of Time waren im See. Und in Breath of the Wild sind sie auch in einem See. Fluss, See. Ah, Majora's Mask. Ilianisch. Meeres Zoras sind schöner. Ja, natürlich. Guck dir diesen Butler hier an. Mit der Fliege. In Flossen umdrehen. Wir machen das im Flossen umdrehen. Es gab aber auch Quests von Zoras am Meer in Breath of the Wild in Tears of the Kingdom. Ja, ja. Muss es denn alles Sinn ergeben? Nein. Nein. Ich fühl die Musi. Hallo, Friede. Friede. Spannt euch. Ich schlichte. Es ist... Es ist Ei. Zelda. Oder... Oder sie lieben sich, ne? Was sich neckt, das liebt sich. Wir müssen denen jetzt ein Smoothie machen. Ein Liebessmoothie. Oder? Das klingt jetzt super cool. Okay. Das ist lustig. Tada. Aber er kommt. Und er sieht aus wie in Ocarina of Time. Er ist so süß, die Augen. Und er ist bestimmt besessen. Oder sie werden jetzt gefressen können. Hey. Yep. Oh. Um, 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 um. Beginnstitel. Das heißt, ich muss gar nicht dafür sorgen, dass sie die Musik schöner spielen. Ich muss jetzt einfach hinterher eilen. Erste. Darf ich da auch lang schwimmen? Ich hätte gern so Wasserfallhochschwimm-Sachen. Soll ich jetzt einfach... Soll ich jetzt einfach auch hier hingehen? Ich muss jetzt sowas. Keine Ahnung, ob ich die so finde. Probier's. Sebastian Bessler, dankeschön für deine fünf Jahre. Es geht auf die fünf Jahre zu. 52 Monate. Fünf mal zwölf sind 60. 52. Aber du hast auf jeden Fall den, äh... Den Mindball immer noch. Fünfeinhalb ist dann der... Moment, nee, vier. Was? Genau, bei viereinhalb kriegst du einen neun Ball und bei fünf kriegst du auch einen neun Ball. Dankeschön für 52 Monate. Wie sie alle Angst haben. Keine Angst, ich bin doch da. Und kann ich jetzt damit den Wasserfall hoch? Ah, hier war vorher was und jetzt kann ich hier lang. Aber, 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 aber... Ich weiß nicht, wie ich da hoch... Schauen wir mal die Leute. Was soll ich da hoch? Oh, da ist gut, da ist gut. Ich kann direkt rein. Aber Prinzessin oder Königin ist hier. Papa. Mitten in den Riss wurde gesaugt, er dreht. Rat. Also bisher fände ich es cooler als von den Gerudos. Gerudos waren auch cool, aber es war eher so ein... Geh da hin, geh da hin, geh da hin, geh da hin. Oder wirklich Story dazwischen. Also schon, aber... Die einzige Story war, ich musste den... Den Korken ziehen. Den Tropf, den... Korken, um den Sand runterzulassen. Und hier ist tatsächlich ein cooler Fisch und eine Liebesaffäre zwischen... Zwischen Nord und Süd und zwischen Salz und Süß. Ich gucke mich drum. Weil das ist wahrscheinlich noch gar nicht der... Dungeon, sondern wieder so ein Riss. Fünf Stellen, genau. Jetzt kommst du erst wieder so fünf Stellen finden. Und dann... Und wieder Story. Und dann... Ui, jei, 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 jei. Cool. Wie ein Mario-Spiel. Wann ist das Yabu? Äh, ist das Strat? Da kann ich was wegsprengen. Ich hab's doch gesehen. Überall. Ich muss dagegen schlagen einfach. Ich brauch noch so ne Qualle. Da oben war doch... Was ist das? Ja, das ist so ne Spinne. Fuck, ich komm nicht. Ich sollte mich viel öfter zu Link machen. Ich mach's mir viel schwerer. Kein Problem. Man wird nicht wirklich dafür bestraft, wenn man drauf geht. Ist das jetzt manches Wiederholen? Oh... Dann geh ich wieder hier hin... Uah... Dieses Tier... Nervt. Warum folgst du mir ins Wasser? Oh mein Gott. Ich kann das eigentlich machen, ohne hier weg zu gehen, weil die Explosion von dem tut mir nicht weh. Ach, das ist nur für den Rückweg? Oh... Ja, ist logisch. Was dachte ich passiert? Die Kräuche, die machen sind so süß. Und... Aber wie... Wo... Da unten? Noch zwei... Ich bin nach rechts zuerst, ne? Ja. Aha... Hä, wo ist das letzte? Oh mein Gott, ich häng' Aber, aber ich war da doch Hm Hmm. Hmm. I do not get it. Ich muss blind sein und ich sehe einen schwarzen Teil nicht irgendwie. Du hast es dezent übersehen, ja, ne? Ich glaube aber... Bin dann da. Irgendwo hier so drin, so hinter dem oder so, aber das wäre ein bisschen zu krass. Ach, hier im Wasser? Ne. Ich würde ja da hoch gehen, aber das bringt ja nichts. Aber ich mach's. Hä? Hä? Es kann ja nicht sein, dass da in dem einen noch eins drin ist. Hä? Hä? Ich bin jetzt den Weg dreimal gegangen. Ich sehe es nicht. Dann ist es wirklich in dem... ...in der Höhle drin? Ein Mannstandstil! Fertowany sich totally in der Höhle zu Leonardo barsaust. Ein Mannstandsten? Aber das ist ein Kind. Sie nodige. Keine Jahre. Diees Jä forg sagen... Ein Tack. Es kann nicht sein, dass es hier noch drin ist. Nee. Ich bin super verwirrt. Muss ich das Ding besiegen? Kann es auch nicht sein. Hoffen wir zu folgen. Hoffen wir ins Wasser zu folgen. Wie nervig ist diese Spinne? Hallo Lurky. Ich weiß nicht. Hä? Wo habe ich das denn übersehen? Das hat jetzt aber hier schon gespeichert, ne? Ich habe nur zwei gefunden. Er hat hier das letzte Mal gespeichert. Okay. Okay, man. Wo ist das? Oh, das ist das Idee. Okay, das geht. Okay. 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 Ist sehr nah dran, checke ich nicht. Wie kann man das denn nicht sehen? Das sind riesige schwarze Kugeln. Das Spiel erwartet aber nicht, dass ich da runterspringe, oder? Du kannst mir nicht erzählen, dass das Spiel erwartet, dass ich da runterspringe. Nein, okay. Weil da unten sieht man so einen riesigen Bereich, aber ist viel zu weit weg. Hier ist nix, Mann! Bringt doch nix, da rüber zu gehen, oder? Nein. Die Höhle war richtig? Ich woh! Dieses Scheiß-Ding. Aber dann ist es dieses Ding. Ich muss dieses Ding besiegen. Einfach nur, weil es so leicht gelb leuchtet, zusätzlich noch, heißt es, dass es eins ein krasses ist. Oh, wie? Okay, was ist das? Du kannst mir jetzt mal... Ja, das hasse ich. Das ist kacke. Das hasse ich. Das ist dumm. Das ist dumm. Das ist dumm. Das ist dumm. Ich fühle mich... Das ist noch nicht mal so... Oh, ich hab's übersehen. Ich hab's nicht übersehen. Ich hab mich nur dazu entschieden, ein dummes Monster nicht zu besiegen, was unfair sich bewegt und mich einfach killt. Nur weil es ganz minimal auch gelben Schein hatte, was indiziert, dass es ein Viech ist. Das mag ich nicht. Nein. Nein, 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 nein. Mach schwindlich. Nein. Nochmal. Oh. Könnt ihr jetzt bitte schöne Musik machen? Okay, nein. Sie mögen sie immer noch nicht. Er dreht doch komplett am Wasserrad. Er ruhigt dich. Er ruhigt dich. Mäh, määh, 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 määh. Hm. Hm. Oh. Hm. Hm. Oh. And now kiss. Die Babys will ich dann sehen. Oh. Lord Yabu Yabu zerlegt die Wasserbucht. Ey, die hätte einen geilen Kopf. Köpfe machen sollen ins Wasser. Nicht so, die sind vor allem ins Wasser gestolpert. So, so. Ach so, 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 Zelda heißt sie also. Die laufen einfach so komisch ins Wasser anstatt einen coolen Sprung zu machen. Latsch. Cool. Bum, 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 ba-da-ba-da-bum. Schauen alle nach da, also geh ich nach da. Ah, der Punkt ist immer noch hier oben. Wo guckt ihr alle nach da? Da ist nix. Hi. Ist direkt vorbeigeschwungen Richtung Osten. Na gut, okay. Anger. Was stehnt er so herum? Jetzt muss ich sie retten. Jetzt muss ich sie retten. Einen anderen Zugang zur Höhle. Ich meine, ich kann jetzt diese eine Stelle da weg sprengen. Oder dieses eine Loch, was hier ist. Aber dieses eine Loch... Das will ich jetzt weg sprengen. Das hatte ich, ne? Hier. Okay. 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 Das ist sogar ein Herzteil. Das vierte sogar. Boom. Sieben Herz... Okay. Okay. Ich glaube, die wollen, dass ich in dieses eine Loch hier schwimme, was eindeutig hier ist. Und die leuchten. Anglerfisch. Komm. Nice. Achso, der ist einfach da, dass er mir Licht macht. Das ist aber ein Mürfisch. Nur, dass er noch zusätzlich Licht hat. Und den. Und den. Und den. Guten Tag. Der kleine Zora sieht aber schon sehr süß aus. Die tun immer so, als ob sie eigentlich gerade dabei sind, sich selbst zu retten. Und ich nur zufällig jetzt da bin und dann können... Dann kann ich sie auch retten. Aber eigentlich ist gar kein Problem. So, ha? Wer bist du? Achso. Ja, dann mach mal. Du wärst mit Hilfe, Hilfe, auch Gott sei Dank bist du da. Ja. Wer soll den wohl bewegen? Du? Mit Flossen? Mit glitschigen Flossen? Nein, ich liebe Zoras. Ich sag immer Zora, aber Zora klingt viel besser. Wobei... Es heißt ja auch Zelda und nicht Zelda. Sollte es auch Zora heißen und nicht Zora. Aber Zora... Zora, Zora... Zora, Zora... Wo? Woll der Jumpscare? Ja schau, sie hätten es doch ohne mich geschafft. Achso, weil ich den Fels weg gemacht hab. Trotzdem. Trotzdem. Der hätte es gleich ohne mich geschafft. Da ist es auch klar wie Flusswasser. Er ist steif wie ein Stockfisch. Was? Warum verstehen die das Prinzip von Stockfisch? Wobei, Stockfische stimmt. Was ist eigentlich ein Fisch für die? Essen oder Freunde? Mein Stockfisch? Naja. Der ist steif wie ein Stockfisch. Sie ist zum Beruhigender und er ist zum Entsteifen da. Zum Happy machen. Sie lieben sich. True love. Oh. 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 Dann öffnen wir mal den Tempel. Gib mir Geld. Gib mir Geld. Ich hab dein Kind gerettet. Söldner werden auch bezahlt. Söldner werden auch bezahlt. Oh nein. Wollen wir ihn dann bekämpfen müssen? Oh nein. Wow. Und jetzt? Ach so, so einfach ist das. Na gut. Was ist hier? Das hätten wir auch geschafft. Gut, den riesigen Stein. Das war ich. Achtung. Mucke. Zusätzlich gibt es hier auch noch Strom oder Leuchtpflanzen. Schöner Remix. Schöner Remix. Hm. Oh. Hm? Dein Stick ist sorry. Händchen. Haltet Händchen. Oh. Die werden jetzt auch verschluckt. Oh. 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 Hm. Ähm. What? Einfach rein. Wir folgen dir in die Schlacht. Ich euch als Echos bitte. Oh Gott. Wie immer. Muss ich's alleine tun. Schluck mich. Nein. Verdammt. Oh er wurde. Er wurde oder nicht oder keine Ahnung. Ich glaub der ist einfach reschatzt. Ich hab ne Bombe eigentlich los. Aber die ist nicht bis rein gekommen. Ist aber lustig wie er die ganzen Sachen ausspuckt. Auf denen ich dann rumlaufen kann. Was? Ist da wirklich eine drin? Was? Ich kann ihn sogar schlagen. Einfach so? Okay. Wie sie mich anfeuern. Wie sie mich anfeuern. Wie sie mich anfeuern. Wo ist das? Hm. Ich habe ihren Gott gekillt. Wo ist dann der echte Yabu Yabu? Der Schrei. Oh. Der Kleine regt sich voll auf. Und der Butler hier ist so. Oh. Ist ganz normal. Ich opfer mich für dich. Da ist der Tempel. Gute Nacht Roter J. Jetzt. Endlich werde ich um Hilfe gebeten. Okay. Klatsch. Entschuldigung. Hm? Entschuldigung. Schade. Ich habe keinen Platz. Ich habe keinen Platz auf. Hä? Ist ja so klein. Ist ja so klein. Schiesel. Ahn... Ahn, die Winkel. Tschüss. Ja, du brauchst irgendeinen Untergrund. Warte mal, das kann ich... Ich kann mir Wasser merken. Oh Gott. Ich kann mir Wasser merken. Und wie kann ich nach oben das machen? So, die werden aufeinander gestapelt dann. Okay. Cool. Crazy. 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 Die müssen irgendwo drauf sein. Die müssen irgendwo dran sein. Chill! Bist du tot? Nein! Genau, greif den an, den er noch nicht hatte. Was? Wie viele halten die aus? Okay, okay, okay. Tot! Sag mal! Geil! Nicht tot? Wow, nervst du? Blöd! Oh mein Gott! Das ist zu blöd, ich hau ab. Was ist da? Ist absichtlich? Ist das nur für Spaß? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! So mach ich eine Fee. Okay. Ist mir ein bisschen gelohnt. Muss jetzt alles nochmal gehen? Komm ich jetzt zurück? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist das? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, komm. Nein. Reicht es nicht. Ah, ich berühre es. Wie soll ich denn da wieder hoch? Ich dachte, es ist viel höher. Sehr cool. So weit weg. Wie, 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 wie? Wie, 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 wie? Was habe ich jetzt hier? Nichts. Aber ich kann hier... E-Jemini. Ah... Was bringt es mir? Abkürzung? Was ist denn Abkürzung hier, Slot? Jabu, Jabu? Das ist eine Truhe. Ich hätte den anderen weggehen sollen. Wie sie nicht runterfällt. Kürze ich da rüber? Ich kenne einfach... Manni. Seh Pferdchen. Flusspferdchen. Ist das Flusspferdchen? Wie macht man das jetzt eleganter? Eigentlich war es schon sehr entelegend. Kann ich darüber? Jetzt noch was. Wird mir ja beschenkt. Ich würde mit Wasser auch hochkommen. Seh Pferdchen. Manni. Jetzt. Okay. Jabu Jabu chillt hier. Während ich alles mache. Wer ist das? Irgendein Typ. Haben wir den hier nicht gesucht? Haben wir? Wir haben den gesucht? Diesmal gibt es nichts, was wir von draußen machen können. Zumindest noch nicht. Okay, aber ich glaube, das war es für heute. Tja. Wer hätte es gedacht, Wasser. Ich komme hier raus, aber du wohl nicht. Ich wollte eigentlich gerade sagen, das war es für heute. Und ich glaube, das war es für heute. Aber ich bin sehr weit gekommen. Ich habe einen Tempel gemacht und komplett, ich habe gelernt, wie man fliegt. Und ich bin bis zum Läunen gekommen. Ich bin bis zum Läunen gekommen. Aber ich habe ihn nicht gefangen. Schwierig. Und dann haben wir den kompletten Zora-Bereich gemacht. Und jetzt muss ich nur noch den ganz kleinen, mickrigen Zora-Tempel machen. Während ich von, äh, einem riesigen Schrimp verfolgt werde. We get it. Du bist sportlich. Okay, wahrscheinlich ist das der Endbus, oder? Kisten sind mein größter Feind. Ich weiß nicht, wie ich an denen vorbeikomme. Nicht erwarten. Drink, sagst du. Das letzte bisschen. Okay. Ich speichere hier mal. Und dann war es das. Den heutigen Tag. War so wundervoll. Vielleicht mache ich die nächsten Nächte damit noch weiter. Morgen werde ich wahrscheinlich Werde ich morgen Pokémon streamen? Ich versuch's. Mein Gen-7-Video ist fertig geschrieben. Jetzt muss ich's aufnehmen. Und eigentlich will ich das morgen aufnehmen. Aber vielleicht geht's ja schnell, es aufzunehmen. Mal gucken, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Musik Ich gucke gerade, ob ich jemanden finde, der das auch spielt gerade. Okay, we're good. We're all getting big spins today. Maybe. Sau wenige Leute streamen das. Aber es ist auch... 1 Uhr morgens an einem Dienstag. Ich finde keiner auf die Schnelle. Sorry, sorry, ich kenn die alle nicht. Und ich weiß nicht, ob ich da mich anvertrauen kann. Vielen Dank fürs Dasein. Ich wünsche euch was. Und wir sehen uns wahrscheinlich morgen. Entweder mit Pokémon oder das hier. Eins von beiden auf jeden Fall. Vielleicht sogar beidem. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017